Hallo und herzlich willkommen. Die ukrainischen Streitkräfte erzielen taktische Erfolge an mehreren Stellen der Front. Die größere Nachricht ist allerdings, dass es immer mehr Hinweise und Zeichen gibt, dass die Ukrainer einen massiven Angriff in Richtung Ocheri Tuwate vorbereiten, der dann sie möglichst nah in Richtung Asovisches Meer bringen soll. Dieser dürfte wahrscheinlich mechanisiert stattfinden, aber wir sprechen mehr darüber über dies und über andere Dinge in diesem Lagebild. Wir fangen zunächst mit der Frontentwicklung im Norden an. Es gibt noch vereinzelte Angriffe der Russen, aber immer mehr deutete sich darauf hin, dass die russische Offensive in Richtung Kopianz gescheitert ist, also ihren Kulminationspunkt erzielt hat, die, wobei gescheitert wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist von meiner Seite, nicht nur, dass sie zwar theoretisch etwas an Territorium gewonnen haben, was unbedeutend sein sollte, vielmehr war die Absicht dieser Offensive offensichtlich nicht zwingend das Erreichen von Kopianz, sondern das Binden ukrainischer Truppen und den Zwang auszuüben in Richtung der ukrainischen Streitkräfte, Reserven dorthin zu schicken, um eben einen Verlust von Kopianz zu verhindern. In dieser Hinsicht zumindest war die russische Offensive dort erfolgreich, auch wenn es kaum territoriale Gewinne gab, so haben sie doch die Ukrainer gezwungen, Reserven heranzuführen und diese Reserven haben dann tatsächlich auch den Vormarsch gestoppt, konnten aber eben nicht in Richtung, südlich von Ulrichrev in Richtung Asowsches Meer eingreifen. Ähnlich ist es hier im Scherebetz-Brickenkopf, auch hier ist die russische Offensive, es gibt noch vereinzelte Angriffe, aber die Offensive hier ist inzwischen klar ebenfalls gescheitert, auch hier wieder mit der Einschränkung. Gescheitert ist eine Definitionssache, sie hat ihren Kulminationspunkt überschritten, aber auch hier war sie, auch wenn sie territorial nur etwas Gelände gewonnen hat und die Ukrainer in der Lage waren, sie wieder zurückzuwerfen, zumindest teilweise, muss man klar sagen, dass sie dies ermöglicht haben, das ukrainische Stoppen der russischen Angriffe dort und dann das Zurückwerfen, das ist erzielt worden durch den Einsatz von Reserven, die damit eben nicht an anderer Stelle zum Einsatz kommen konnten, aber auch hier deutet alles darauf hin, dass die russischen Angriffe dort jetzt ihren Kulminationspunkt überschritten haben. Südlich davon im Serebrianzgewalt gehen die Gefechten natürlich ebenfalls weiter und gemäß den Prinzipien, die wir hier versuchen auf dem Kanal zu machen, was die Quellenkritik angeht, müssen wir sagen, dass die Russen im Serebrianzgewalt wahrscheinlich einige Positionen gewonnen haben, in etwa entlang dieser Linie. Darauf deuten die Karten von ukrainischen Millbloggern hin, die frische Positionen den Russen zu weisen und wie sie wissen, versuchen wir ja hier immer uns abzugleichen. Natürlich ist es viel glaubwürdiger, wenn ein Ukrainer Niederlagen eingesteht, als wenn die russische Seite Siege für sich behauptet und das gleiche gilt umgekehrt. Wenn die Ukrainer Siege und Erfolge verbuchen, dann ist es weniger glaubwürdig, als wenn die Russen Niederlagen eingestehen und dementsprechend ist die Bewertung hier, dass die Ukrainer einige Positionen im Serebrianzgewalt verloren haben. Bilohorivkas, Birne, Seele etc., diese Frontlinie hier runter, finden weiter immer wieder Gefechte statt, eigentlich nicht über die Maßen schwere und vor allem keine Veränderung zu dokumentieren am Boden. Etwas anders ist es bei Orihovo Vasilivka, da konnten die Ukrainer auf dem Höhenzug entlang der Straße in Richtung Bachmut etwas vorrücken. Dieser Höhenzug ist sehr wichtig, weil er von diesem aus kann man nicht nur die Straße kontrollieren, sondern wenn sie es schaffen, ihn vorzurücken, können sie Berchivka erreichen und das wird die Russen zwingen, sich aus Berchivka zurückzuziehen. Aber davon, wie wir natürlich unschwer auf der Karte erkennen können, sind wir davon noch mehrere Kilometer entfernt. Sie haben allerdings hier jetzt frische Positionen der Russen eingenommen und sie zurückgeworfen, aber im Ganzen ist auch hier keine fundamentale Veränderung, ist es nicht zu einer fundamentalen Veränderung gekommen. Südlich von Bachmut in Klischivka finden weiter Gefechte statt. Es gibt eine frisch geolokalisierte Aufnahme von Häuserkämpfen dort. Dort haben die Ukrainer frische Positionen genommen, aber das Entscheidende ist, es wird weiterhin in der Ortschaft gekämpft. Die Ukrainer rücken zwar wieder etwas vor, aber Klischivka ist klar noch nicht befreit, egal was es irgendwie an anderen Erklärungen diesbezüglich gibt. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nahezu ausschließen, dass Klischivka befreit ist. Nach meinem Kenntnisstand, nach all den Quellen, die ich sehe, halten die Russen nach wie vor im Nordostteil der Ortschaft Positionen. Das heißt, die Ortschaft ist weiterhin umkämpft, auch wenn es hier frische Erfolge der Ukrainer gibt. Südlich davon gehen die Kämpfe immer wieder weiter ohne nennenswerte Veränderungen. Avtivka ähnlich, Krasnohorivka ähnlich und in Marinka haben die Russen frisch wieder angegriffen und haben dabei möglicherweise die Ukrainer etwas zurückgeworfen. Daraufhin deuten zumindest verschiedene Quellen hin. Ich kann es noch nicht endgültig abschließend bestätigen, aber es deutet darauf, dass die Russen kleine Erfolge in Marinka hatten. Aber hier müssen wir uns natürlich daran erinnern, dass dies seit Ausbruch der vollen Invasion wird um Marinka gekämpft und die Ukrainer halten immer noch im Westtal einige Häuser. Blocks oder das, was von den Häuser-Blocks übrig ist, einige Positionen. Aber möglicherweise haben die Russen hier frische Erfolge erzielt. Südlich, Wulidar etc. kann ich keine Veränderungen verzeichnen und Novo Donetsk und Novo Majorske finden gerade schwere ukrainische Angriffe statt. Die folgen auf eine artilleristische Vorbereitung und von russischer Seite gibt es Meldungen, dass die Russen schwer unter Druck seien. Ich kann es im jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen, ob diese Angriffe zu irgendetwas geführt hätten. Ich kann weder bestätigen, dass die Ukrainer bereits abgeschlagen seien, noch dass sie Positionen genommen hätten. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist der Kenntnisstand, dass um die beiden Ortschaften gekämpft wird. Die Ukrainer versuchen, die Russen dort wegzudrängen. Starom Majorske und Udo Scheine gibt es immer wieder kleinere Vorstöße in Richtung Süden. Die sind aber wohl eher Aufklärungsvorstöße, denn ernst gemeinte Angriffe. Um Priotne wurde etwas schwerer gekämpft, aber auch hier haben wir lediglich von beiden Seiten zwar Angriffe, also ukrainischen Druck in Richtung Priotne und russischer Gegenangriff, aber ich kann hier keinerlei Veränderung am Boden dokumentieren. Um so objektiv wie möglich zu sein, muss ich die Sichtweisen und Berichte beider Seiten lesen. Der Vergleich mehrerer Quellen ist hier fast unerlässlich, um Echokammern in der Berichterstattung zu vermeiden. Ground News ist eine Kombination aus Webseite und App, die mir dabei hilft, genau das zu tun. Mit ihrem leider nur englischsprachigen Angebot sammeln Sie täglich tausende von Artikeln und Nachrichten und organisieren sie so, dass sie leicht zu vergleichen sind. Wenn Sie sich zum Beispiel diese Geschichte über eine mögliche Schließung der Grenze zu Weißrussland ansehen, können Sie mit Ground News die Schlagzeilen vergleichen und sogar die Artikel der einzelnen Quellen lesen, ohne die App verlassen zu müssen, was mir und Ihnen viel Zeit und Mühe ersparen kann. Sie können auch nach Geschichten suchen, über die von der linken oder der rechten zu wenig berichtet wird. Über diese Geschichte, über das Schicksal von Prigoshin, hat nur eine linke Quelle berichtet. Bei dieser Geschichte über die norwegische Getreidelagerung mit Bezug zum Krieg gab es nur eine rechtsgerichtete Quelle. Und was noch besser ist, Sie können die Berichterstattung nach Geschichten filtern, die aus einem bestimmten Gebiet stammen, zum Beispiel aus der Ukraine. Wenn Sie also auf der Suche nach gezielter Berichterstattung sind, ist die neue Kartenfunktion von Ground News eine großartige Möglichkeit, dies zu tun. Leider bietet Ground News noch keinen deutschsprachigen Service an, aber ich finde, das Unternehmen ist wie gemacht für das, was ich hier auf diesem Kanal versuche. Wenn Ihr Englisch also gut genug ist, möchte ich Ihnen Ground News ausdrücklich empfehlen. Wenn Sie nur wenig Zeit haben, können Sie mit Ground News effektiver und effizienter vorgehen. Ich möchte Sie daher ermutigen, es auszuprobieren, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken, der Ihnen einen Rabatt von 30 Prozent auf Ihr Vantage-Abonnement bietet. So, wie Sie wissen, wie gesagt, ich versuche auf diesem Kanal beide Seiten zu beleuchten und wenn Sie des Englischen mächtig sind, möchte ich Ihnen Ground News hier wirklich empfehlen und gleichzeitig würden Sie den Kanal unterstützen. Also ein gutes Produkt, was ich Ihnen von Herzen empfehlen kann. Aber gehen wir weiter zu der Entwicklung südlich von Orychiv und da gibt es ein paar Veränderungen, die interessant sind. Die Ukraine weitert ihren Einbruch in die Befestigungslinien langsam aus. Sie schiebt die Russen an verschiedenen Stellen zurück, aber klar ist zu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt ist irgendein Durchbruch, der vereinzelt schon wieder gemeldet wurde, klar nicht zu sehen. Der lässt weiter auf sich warten. Wir haben frische Bestätigungen von ukrainischen Positionen in Richtung Verbove. Das heißt, wir sehen hier den Ortsrand von Verbove und die Ukrainer schieben sich weiter näher daran heran. Sie drücken weiter in Richtung Verbove, aber was wir klar sagen müssen, es gibt weiterhin keinen Beleg, dass die Ukrainer in Verbove sind, gar es schon genommen hätten. Sie erinnern sich an das Video, wo die Russen, wo die Meldung war, die Russen würden den Ostteil oder Südostteil von Verbove mit Artillerie beschießen, was ja implizieren würde, dass die Russen dort waren. Aber Sie werden sich erinnern, dass ich in dem Lagebericht gesagt habe, nach meiner Einschätzung, ist es extrem unwahrscheinlich. Ich glaube, dass es die Ukrainer sind, die mit ihrer Artillerie dort russische Positionen beschießen und darauf deutet aktuell alles hin, dass diese Einschätzung damals korrekt war. Wir haben südlich von Robotine weitere ukrainische Erfolge. Die Ukrainer sind jetzt mehrfach geolokalisiert worden, hier in dem Waldgebiet südöstlich von Robotine und auch in dem Waldstreifen hier südlich von Robotine direkt. Das war die erste Verteidigungslinie der Russen nach der Ortschaft selbst. Wie wir hier erkennen können, hatten sie dort auch Befestigungen angelegt. Inzwischen haben wir ukrainische Präsenz dort. Ich kann noch nicht bestätigen, dass diese Präsenz dauerhaft ist, dass die Ukrainer diese nun also dauerhaft genommen hätten. Aber zumindest wissen wir, dass sie die Russen von dort vertrieben haben. Es gibt inzwischen Meldungen über einen schweren russischen Gegenangriff mit den Behauptungen, die Russen hätten ganz Robotine schon wieder erobert. Andere Behauptungen sagen, nur ein Teil von Robotine. Ich sehe bislang null Belege, gar nichts. Von daher ist es für mich erst mal irgendwelche Fantasie und Propaganda, bis wir irgendwelche Belege finden. Also nur der Vollständigkeit halber berichte ich, dass ein paar russische Millblogger von größeren Erfolgen reden. Aber wir hatten es schon öfter in der Zeit und sahen dann keine sich materialisierenden Erfolge, also haben keinerlei gegen Offensiven, Gegenangriffe gesehen, die irgendwie Erfolge hatten, gerade in dieser Region. Natürlich gab es zwischendurch auch erfolgreiche Angriffe, aber ich will sagen, dass wir nur, weil wir jetzt ein paar Russen haben, die sagen, sie hätten dort Robotine erobert, heißt noch lange nicht, dass überhaupt ein ernsthafter Gegenangriff stattgefunden hat. Wir werden hier darauf warten müssen, wie die Lage, was es am Belegen gibt. Dazu wird es natürlich dann morgen, werden wir schauen, wenn es was Neues gibt, werden wir das morgen im Lagebericht erwähnen. Interessant ist eben, dass die Ukrainer hier jetzt den Einbruch in die Befestigungslinien auszuweiten beginnt. Wir haben hier jetzt auch Vorgonso, der schreibt, dass sie östlich von Novo Prokopivka in Richtung Otschere Tovati vorrücken. Das ist also diese Region hier. Dort schieben sie sich weiter vor. In zunehmendem Maße sind sie in der Lage, die Russen aus ihren Befestigungslinien zu vertreiben, aber sind noch nicht immer in der Lage, sie selbst zu nehmen. Und da sehen wir, dass langsam ein Druck ausgeübt wird, um den Einbruch auszuweiten. Natürlich kann man dann auch flankierend angreifen, was das Ganze leichter macht. Dazu haben wir noch von Riba eine Aussage und die ist auch interessant. Und zwar sagen die, dass die 71. Jägerbrigade frisch dort eingetroffen sei. Das heißt, wir sehen frische Reserven der Ukraine ankommen. Aber wichtig ist auch der Kontext, den hier Riba unbewusst eingesteht. Nämlich, dass die 71. Jägerbrigade seit der Schlacht um Bachmut nicht mehr an der Front gesehen war. Das ist über drei Monate her. Und damit hat die Einheit zwischenzeitlich Zeit gehabt, sich aufzufrischen. Sie ist höchstwahrscheinlich personell wieder verstärkt worden mit frischen Rekruten, um Verluste auszugleichen, dürfte frisches Material zumindest teilweise erhalten haben, hat aber vor allem Monate Zeit gehabt zur Wartung, zur Erholung und zum Training. Das heißt, hier kommen Reserven an, die ausgeruht sind und höchstwahrscheinlich passabel ausgebildet sind. Während wir auf russischer Seite alle Reserven, die wir verlegt sehen, in Richtung der Front, die finden entlang der Front statt. Das heißt, die Russen nehmen eine Einheit, die bereits im Gefecht steht, die bereits an der Front sind und schieben sie nur an einen anderen Teil. Das führt zur Ermüdung. Das ermöglicht diesen Einheiten nicht, ihren Ausbildungsstand wieder zu verbessern, anzupassen, frisch eingetroffenes Personal anständig zu integrieren. Und ist damit natürlich ein himmelweiter Unterschied. Und da sehen wir, was mit den Einheiten passiert, die aus der Front herausgenommen werden. Die sind eben nicht aufgerieben, die sind nicht zerstört, sondern die haben sicherlich Schäden erlitten, aber die werden wieder aufgebaut. Und hier sehen wir frische Reserven ankommen. Und auch hier sehen wir, dass die Riva selbst schreibt, der Eindruck entsteht, die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich auf einen Angriff auf weiter Front vor. Dazu passt das, was ich gestern in einem Video gesagt hatte, dass der Kommandeur der Streitkräfte hier sehr optimistisch ist und sagt, von jetzt an wird alles einfacher. Es gibt auch einen frischen Bericht vom RUSI, vom Royal United Services Institut, den ich noch durcharbeiten muss voll. Und dann will ich auch schauen, ob ich dazu noch ein separates Video mache. Aber interessant war dabei, dass die Russen die Minensperren 500 Meter breit angelegt hatten, statt der üblichen Doktrini 120. Und der wichtige Punkt war, sie hätten nicht genug Minen dafür gehabt, sodass sie improvisieren mussten. Nun, wenn sie für die erste Minensperre nicht genug Minen hatten, dann deutet es darauf hin, dass die ukrainischen Angaben, die ukrainischen Aussagen, dass von jetzt an zwar noch Minen sein werden, aber deutlich weniger intensiv, dass die höchstwahrscheinlich zutreffen, dass wir erwarten können, dass dies der Fall sein dürfte. Und das sollte es den Ukrainern tatsächlich ermöglichen, hier schneller voranzukommen. Die Hoffnungen sind wahrscheinlich ein Stück weit berechtigt. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Ukrainer die Befestigungsanlagen seitlich aufrollen und beginnen aufzuweiten. Denn ein Vorstoß in die Tiefe kann natürlich nicht nur auf einer Straße erfolgen oder sollte nicht nur, weil er damit einfach zu bekämpfen ist. Man muss auch hier erstmal die Drachenzähne beiseite räumen, die Minenfelder räumen, eventuelle Panzergräben zuschütten und ähnliche Dinge. Hier muss also Pionierarbeit erfolgen, bevor die mechanisierten Kräfte in größerer Stärke heranrollen können. Und dann will man im Idealfall natürlich mehrere Pfade haben, die man nutzen kann, damit man nicht ganz so einfaches Opfer für feindliche Artillerie und Hubschrauber ist. Und wenn wir sehen, dass die Ukrainer nun sich seitlich hier auffächern, deutet vieles darauf hin, dass die Ukrainer vorbereiten hier einen erheblichen Vorstoß in Richtung Süden. Dabei wird auch schweres Gerät herangeführt. Wir sehen hier ein Video, das ist von gestern. Da ist ein Challenger 2 gesehen worden, allerdings im Nichtfabrikneuen Zustand. Wie wir sehen können, ist er hier abgebrannt. Ganz einfach zu identifizieren. Für mich unzweifelhaft durch die Optik hier auf dem Rohr und die typische Turmform, also unzweifelhaften Challenger 2. Die sind in der 82. Luftangriff, Luftsturmbrigade, Air Assault Brigade oder Luftlandebrigade, wie wir es bezeichnen wollen, sind die eingesetzt. Dort, wo auch die Marder sind und Striker. Hier wenig überraschend, dass wir die nun dort auch an der Front sehen, aber wir sehen, dass die ukrainische 82. Brigade ihre Kampfpanzer näher heranführt, die eben zur Unterstützung eingesetzt werden. Der Verlust selbst war zu erwarten. Natürlich, wenn militärisches Material an der Front eingesetzt wird, dann lassen sie auch Verluste erwarten und die Behauptung zumindest sein, dass die komplette Besatzung es überlebt hat. Ich habe natürlich keinerlei Belege dazu, ob das stimmt oder einfach nur eine Behauptung sei. Wie dem auch sei, wir sollten erwarten, dass in dem Moment, wo die ukrainischen Versuche hier die Befestigung zu nehmen und die Russen abzudrängen von diesen, dass wir daraufhin frische mechanisierte Angriffe sehen und vielleicht dann endlich der große Angriff, von dem viele ja mit dem viele ja von Beginn angerechnet haben, der dann versucht durchzustoßen. Zumindest ist es so, dass deutlich mehr Optimismus nun herrscht als noch vor zwei bis drei Wochen und wir sehen eben, die Russen schieben Reserven herum, weil sie keine Reserven im Hinterland haben, die sie an die Front schieben können. Sie schieben entlang der Front Reserven, während die Ukrainer diese nicht tun müssen, weil sie ihrerseits noch über genug Reserven verfügt. Vom Dnipro gibt es noch ein paar Neuigkeiten. Es gibt weiter Kommando-Aktionen entlang des Flusses, innen und wieder mal Meldungen von Landungen auch auf dem linken Ufer, aber das deutet alles darauf hin, dass wir hier wirklich nur mit Kommando-Rates, also mit Kommando, mit Überfall, Überfällen sozusagen es zu tun haben. Die Ukrainer haben wahrscheinlich ihre Kontrolle hier auf der Insel etwas ausgeweitet. In den Datschen in den letzten Zeit, uninteressant, vor einer Woche fand eine Landung auf der Kinburn-Nährung statt. Das ist insoweit wichtig, weil das ein Teil von Mykolaiv sei. Hier die Oblast, hier ist die Oblastgrenze. Daher ist natürlich moralisch wichtig, weil hier ein Mykolaiv ein Teil davon noch besetzt ist. Aber strategisch dürfte das nicht von großer Bedeutung sein. Wir können es hier schon an der Struktur erkennen. Also hier zu glauben, man könnte hier einen Brückenkopf aufbauen und dann in Richtung Osten vorstoßen, dürfte nicht sonderlich erfolgversprechend sein. Wir sehen auch hier an den Zeichnungen, dass sich die Russen darauf vorbereitet haben. Die Russen sagen, sie haben den Landungsversuch zurückgeschlagen und schwere Verluste angerichtet. Diese Behauptungen sind natürlich nicht überprüfbar. Aber die realistische Sache dürfte sein, dass sich die Ukrainer tatsächlich zurückgezogen haben. Denn wir sehen bislang vor allem Kommandoeinsätze, aber nicht ernsthafte Versuche, einen Brückenkopf aufzubauen. Die Russen melden auch, dass sie frische Landungsversuche hier auf der Krim besiegt hätten und mehrere Boote natürlich mit Besatzung versenkt hätten. Belege dafür habe ich nicht gesehen. Also es kann stimmen, es muss aber nicht stimmen. Auf jeden Fall sagen die Russen, dass die Ukrainer weiter hier in diesem Gebiet mit Kommandotruppen auf Booten unterwegs sein. Im ganzen Entwicklung, die wir fortlaufend sehen, dass die Ukrainer mit kleinen Trupps nicht nur im Nibrodelta, sondern auch zunehmend im Schwarzen Meer aktiv werden. Im Großen und Ganzen war es das für heute schon wieder. Wie gesagt, der erste Challenger 2 zerstört und viele Anzeichen darauf, dass sich die Ukraine darauf vorbereitet, hier jetzt kraftvoll nach Süden vorzustoßen. Wir sollten es noch nicht in den nächsten 24, 48 Stunden erwarten. Das dürfte noch ein paar Tage dauern, je nachdem wie lange das Aufbrechen der und vor allem seitliche Aufrollen der Befestigungen hier dauert. Aber wir können es zumindest in absehbarer Zeit erwarten. Wenn Ihnen das soweit gefallen hat, freue ich mich natürlich über den Daumen hoch. Hinterlassen Sie Kommentare, was Sie glauben, wann die ukrainische Gegenoffensive ihren Kulminationspunkt erreicht. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Morgen um 20 Uhr deutscher Zeit gibt es einen Livestream mit anschließender Frage-Antwort-Runde mit einem umfangreichen Lagebericht, wo wir auch auf Hintergründe eingehen, die bekannt geworden sind, politischer Art, Mobilisierung, Kräftegenerierung etc. Und da möchte ich Sie natürlich herzlich einladen und abschließend möchte ich Sie gerne noch mal auf den Sponsor des heutigen Videos hinweisen. Denn ich finde, BrownNews passt perfekt zu dem, was ich hier versuche, dass ich versuche, objektiv zu sein. Und vielleicht ist es ja was für Sie und wenn es was für Sie ist, dann wäre es natürlich schön, wenn Sie mit dem Produkt zufrieden wären und gleichzeitig würden Sie den Kanal unterstützen. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch herzlich bedanken bei all jenen, die den Kanal Monat für Monat stetig unterstützen, sei es hier als Mitglied auf YouTube, sei es auf Patreon. Im Besonderen möchte ich mich bedanken bei dem Patreon-Oberstleutnant Nippelzwicker sowie bei den Patreon-Leutnants Andreas Donath, Dekun Jo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz, Plague-Doktor, Steffi und Trollstrings. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wird es so nicht möglich.